Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Uri. Ich bin Lea Ziegler-Chaler, Hauptorganistin in St. Martin, Altdorf und organisiere Orgelnächte in dieser Kirche. Die Orgelnacht gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Altdorfer Kulturlebes. Sie findet dieses Jahr zum zwölften Mal statt. Während vier Stunden bis Mitternacht gehört man in der Kirche St. Martin Orgelmusik. Das Besondere des heutigen Abends ist, dass wir ein Orchester hier haben und wir spielen drei Orgelkonzerte. Beim Konzert von Boulin kommt das Sämenspiel zwischen Orchester und Orgel sehr gut zum Ausdruck. Beim Bolero von Ravel können wir das Soloregister der Orgel sehr gut zeigen. Während diesen Konzerten herrscht eine spezielle Atmosphäre. Man kann den Gedanken nachhangen, man kann meditieren oder einfach schöne Musik geniessen. Dass wir den heutigen Konzertabend in diesem festlichen Rahmen durchführen, ist auch dank der Unterstützung von Swissloos möglich gewesen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swissloos. War feelingetam? War. War Spotify aha!